Hallo und herzlich willkommen zurück liebe Freunde, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Let's Play Halo 4, der Master Chief Collection mit eurem Inferno. Und ja, wir haben das letzte Mal die Kommandozentrale überlebt und da geht's heute weiter. Jetzt gucken wir mal, ich höre hier schon einen Eliten irgendwo. So, ich geh mal nach da vorn. Hallo! I guess you missed me. Zack, und weg. Okay. So. Hallo. Hallösche Popösche. Zack. Zack. Oh, scheiße. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Hm. Na, wenn dem so ist, Cortana, dann zeigen wir's denen doch. Zack. Nein. Ah, verdammt. Hat uns dieses dämliche Ding erwischt. So ein Misterbau. Okay. Zack. Und, hab ich getroffen? Nein. Ja, doch einen. Juhu. Da ist er schön festgesteckt, ey. Zack. Zack. Und da sind sie weg. Okay. Uh. Das sieht alles so unfassbar gut aus. Na komm schon. Yes. Na komm schon. Ach, verdammt. Zack. Aber du bist weg. Zack. Na. Na. Jawoll. So ist schön. Oh oh. Ich hasse diese Dinger. Das sind meine Hexen in Halo. Haha. Ach komm schon. Stirb endlich. Ah, geht doch. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hm? Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Ihr habt genug, wa? So. Zack. Zack. Na. Uh. Oh ja. Zack. Und weg. Und weg. Und du. Weg. Und da kommt ein kleiner Elite. Oh. Seid ihr aber schnuckelig. Und tot. Ha. So. Zack. Und weg. Hm. Du auch? Ja, aber klar. Hm. Oh ja. Der Trick funktioniert immer noch. So kann man die Elite nämlich eigentlich schön effizient ausschalten. Ohne dass sie einem viel Gegenwehr machen können. Zack. Ah. Oder natürlich, man. Tut sie einfach wegballern. So, nehmen wir erstmal das Erschütterungsgewehr. Ich mag die Waffe eigentlich gar nicht, aber egal. So. Okay, und jetzt geht's nach draußen. Ja. Okay. Okay. Geht's dir gut? Nach Licht, erreichen Sie einfach die Abschlussstation. Juhu. Ähm. Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Oh. Hallo. Werte Freunde. Tschüss. Tschüss. Verdammt. Tschüss. Tschüss. Haha. Erwischt. So. Zack. Und weg. Oh. Scheiße. Da ist ein Sniper. Verdammt. Hm. Was ist ein Elite? Aber wo ist der Sniper? Da oben ist er, glaube ich. Zack. Verdammt. Doch, ich habe ihn erwischt. Ach nee. Da ist er. Oh. Fuck. Ich hasse dich, du scheiß Sniper. Und wir sind lost in space. Ja, mache ich. Ja, mache ich. Ähm. Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Alles der Reihe nach. So. Die kleinen Belger kann ich aber auch so fertig machen. Da brauche ich jetzt nicht das Kampfgewehrmunition verschwenden. Zack. Wow. Alter. Bleib cool. Du auch. Bleib cool. Alter. Keep it cool. So. Da oben bist du. Zack. Und weg bist du. Okay. Sniper haben wir schon mal erwischt. Aber ich glaube, da war noch irgendwo einer. Du bist weg. Du noch nicht. Aber ich glaube, der, der den meisten Schaden macht, den habe ich weggesnackt. Sie müssen die Haken steuern. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hm. Boah. Na? Zack. Elite. Weg. Okay. Hm. Hallo, Elite. Tschüss, Elite. Ich brauche jetzt keinen Sniper. So. Okay. Denen zeigen wir es. Alles klar. Dir zeige ich es auch. Aha. Okay. Jetzt bräuchte ich wieder mal ein bisschen Munition. So. Erledigt. Zack. Oh oh. Verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Da ist die Abschlussstation. Zack. Ja, wir haben keinerlei Munition mehr. Und sie klemmt. So. Ah, da unten. Ah ja. Ja ja, jetzt schalten wir erstmal hier die ganzen Feinde aus. Cortana, meine Liebe. Na komm schon. Wo habe ich denn mein Zielwasser heute gelassen? So. Uh. Zack. Verdammt. Alter, ich kann nicht mehr schießen. Was ist denn los mit mir? Ich glaube, ich spiele so viel Destiny. Hm. Okay. Das sieht gut aus. Nimm mal noch ein bisschen Munition mehr. Und dann auf geht's. Uh. Und diese epische Musik dazu. Zack. Rüttt. Seid ihr bescheuert? Wie kommt denn ihr da hoch, Alter? Wahnsinn. Ey, ich habe die Feinde nicht gesehen, ne? Ja, ist kein Problem. Euch haue ich schon zu Brei, aber... Alter. Ich habe die Feinde echt nicht gesehen. Haha. Ja ja, kriegen wir alles Cortana. Oh, der Befehlston. Aber diese geile, epische Musik. Oh, der war nice. Naja, der nicht so... Hm. Ja, irgendwie lief das schon mal besser bei mir. So. Hehe. Und da geht er down. Und da geht der nächste down. Und du gehst auch down. Habe ich gesagt. So. Und du? Was machst du da? Ach, komm schon. Ja, jetzt reicht's. Freunde. Diesmal lassen wir uns aber auch nicht töten, ne? So. Und nach unten. Okay. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Der ist schon tot, glaube ich. Nein. Zack. Na, 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 na. Yes. Elite down. Und bleiben nur noch die Zwerge. Oh, noch ein Elite. Ja, klasse. Weil ich Eliten ja so gern hab. Und das war's mit den Eliten. Und wir halten RB gedrückt. Und der Chief waltet seines Amtes. Und wir genießen die Explosion. Und wir genießen es. Ja, das tun wir. Wir werden von einem Gravitationsrichter in den Planeten gezogen. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Oh, oh. Fahrzeugpunkt, achten. Markiere die nächste Luftschleuse. Los. Ja, ich bin auf dem Weg. Oje, 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 oje. Komm schon. Öffne dich. Lol. Oh, oh. Ah. Hilfe. Ah. Nein, hier geht's auch nicht mehr. What the fuck. Oh mein Gott. Ja, ja. Ist ja gut. Es ist alles in Ordnung. Es passiert nichts. Scheiße. Und Sprung. Äh. Oh. Oh, oh. Und, und, und. Ja, 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 ja. Oh, oh. Oh je, oh je. Was passiert hier nur, Freunde? Cool. Ich sag dir doch, die Grafik ist bombastisch. Oh, oh. What? Wie cool ist der Master Chief denn? K.O. So geht das nämlich, Freunde. Ich glaube, das hat wehgetan. Und, und dann. Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief? Wirklich? Mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor acht Jahren in Betrieb genommen. Acht Jahre. KIs degenerieren nach sieben, Chief. Horsey. Chief. Wir müssen Horsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Horsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können? Wir müssen los. Ja, ja. Scheint nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschaffen? Boah. So einige. Guckt euch das mal an. Wir müssen immer noch nach Hause. Wahnsinn, Freunde. Aber ich glaube, das ist ein schöner Breakpoint. Ja, liebe Freunde. Unsere Reise in Halo hat gerade erst begonnen. Ich freue mich, das Ganze mit euch gemeinsam erleben zu dürfen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben, mehr von mir und Halo. Und vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, und ansonsten, bleibt sauber und haut Ryan. Ja, und ansonsten, bleibt sauber und haut Ryan. Ja, und ansonsten, bleibt sauber und haut Ryan.